Strukturiertes Wasser ist laut den Überlieferungen ein heiliges Wasser, welches Krankheiten heilt und dem Körper einfach nur gut tut. Die Herstellung von strukturiertem Wasser ist nicht schwer und kann von jedem durchgeführt werden, da nur wenige Dinge dafür notwendig sind. Die einfachste Art und Weise strukturiertes Wasser herzustellen ist mit einem Handwirbler. Mit Hilfe der Kurbel wird im Glas ein Strudel erzeugt, der das Wasser strukturiert und ihm einen Weichen und reinen Geschmack verleiht. Eine weitere Möglichkeit, die deutlich häufiger eingesetzt wird, ist der Wasservitalisierer. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Gerät, welches an die Leitung angeschlossen werden kann. Er vitalisiert nicht nur ein einziges Glaswasser, sondern kann direkt größere Mengen Wasser strukturieren. Die gängigste Methode ist das Hinzugeben von Kristallsteinen wie Bergkristalle, Rosenquarz sowie Amethyst. Die Energie wird dann von den Steinen in das Wasser übertragen.